ich bin nur der Hexenmeister ein schwierigen Charakter zu spielen im pvp den man noch nie im pvp gespielt hat und der für einen selber irgendwie noch neu ist und ich hasse jeden der mich gilt ergeben in dem janker verachte ich echt denn der existenz ein leben so ist man vorbeugt und stimmte uns nicht die scheiße angenehren ziehen aber dafür dass wir so schlecht sind sind wir auch schlecht ja sind wir ziemlich oben sind wir aber das liegt wahrscheinlich daran dass alle anderen rausgegangen sind das könnte mir nur hier durchhalten oh mein Gott äh hab ich jetzt getötet hab ich sie jetzt getötet nein immer noch ich bin zehnmal gestorben ich hab noch gar nicht reingeguckt das spreche ich mir fürs ende auf du bist achtmal gestorben du hast zwei kills du hast zwei kills aber die hast du geklaut ja na klar ich kriege alleine gar nicht hin ja natürlich nicht komm ich will sie aufschlagen ja mach dich hier du ich hasse jäger weißt du woher hab ich diesen ehrenhaftes medallion entfernt im pvp das hast du gleich am anfang bekommen fickt mal alle hunter alter ja aber kriegt man das jetzt äh das ist ein ehrentalent also nur nur wenn wenn wir jetzt pvp spielen das ist viel das hat man das in der leiste das hat man das in der leiste ja wahrscheinlich ach so ja cool mir sag dir sowas ich reiche ab Gott ist das noch fuck alter Leute geht doch durch die Tore und gut ist was im friedhof in ruhe die 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 rennen durch ach 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 oh die rennen durch die rennen wir sind gleich durch ach so und durch ich bin schon ich bin schon länger durch ich bin schon länger durch in die kamera wohl eingebrochen oh nein komm das schaffen wir noch schnell schnell fast fast guck mal wie alle zerstört haben hier ja guck mal krieger ja siehst du da denkst du so dämonen äh jäger ist super ob und selbst der dümmste dumm batzen kann ihn spielen mhm guck mal ich hab fast sieben millionen schaden gemacht ey kam mir nicht so vor mhm oh ist das kacke alter ich guck mal rein um so bis der erste dämonen jäger auftaucht der erste dämonen jäger der in der liste auftaucht das bin ich mhm mhm also ne dieser krieger mönch äh was für gewaltigungsmönch habe ich gelesen vergeltungsmönch paladin also paladin und jäger balaam jetzt kommt mönch hexenmeister da kommt gar keiner von den neuen klassen der erste äh von als dämonen jäger also der erst erst beste dämonen jäger das bin ich ja ich sehe das doch ich erkläre das doch nur für die anderen ja alle anderen ne zu gucken ja progamer das geht doch nicht um progaming eigentlich ist das so eher dass offensichtlich die klasse nicht so krass ist wie früher der todesritter ja wo die todesritter reinkam und alles weggerollt haben ne ja aber du hast erstmal angefangen du bist ja nicht ausgerüstet äh ist und dafür bist du noch oben ne ja trotzdem frustrierend also wenn so die uralten klassen äh einfach allen einen wegballern wie nix ne guck mal der eine du weißt ja was du weißt ja was du weißt ja ich bin erst mal gestorben das einzige du bist ja immer noch da drin ey ich bin schon wieder draußen und baller hier ja mal alle kommst du kommst du kommst du kämpft die nicht mit mir ey kommst du kommst du bist hier das tätige ballast dann ach hier rein wirklich zum looten ja so machen wir das bohlen wieso wieso machen wir das bohlen auch dem grammatik ne ja grammatik ist auch für ach da ist ein da ist ein ding da was kommt keiner hoch also da sind die haken komm hoch ja hallo ich versuche grad komm 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 jetzt schnell gehen wir nicht auf den trichter echt wo sind die haken da komm da wo ich bin ja komm das dauert ja auch ewig bis man mal hoch kommt wie jetzt rein hier in die bude oder was ja klar guck mal der wird ja schon hier bearbeitet bist du da oh ja ja ich hab mich irgendwo grad hier ist ja schon weg so gut wie nein so gut wie hab ich gesagt jetzt so ein ring siehst du schöne sachen drin aha ist der cool oh das ist cool der ring komm ich täusche jetzt mein ding ausgegewandt der elitari 705 ne 715 bei mir ist das 705 bei dir wie du grad sagst bei dir dreck bei mir dachten sie sich ahhh der Knochen der ist ein guter Spieler da werden wir noch mal um 10 punkte auf jetzt ist eine stärke habe ich ahahahahaha wo ist das damit umschalttaste und rechtsklick welche ist denn die umschalttaste nee das kriegst du mit mir an ja ich hab ja noch ne Kiste Artefakt Echt? Man... Äh, ne ich hab ne Kiste bekommen, weißt du was da noch drin ist? Ne Warlord 625er Zeug Aha Wieso gekloppt ey? Wieso kenn ich das nicht hier eigentlich? Gehärtnete Backenzähne, jetzt ist das ja einschrottet Ich hab hier nicht genug Okay Ich kann noch nicht äh Dieses Ding benutzen Ich hab hier auch blöderweise Ich hab hier was zur Weisheit des Abenteuers Wenn ich das benutze Da steht gewährt 35 Artefakt macht Aber ich bin schon bei 285 von 300 Echt jetzt Echt jetzt Schnell weg da Oh, ich gleite runter, ich bin unten Ja, ich mach nix Ich hab den Getricks Ich hab den Getricks Und ich werd schon wieder angegriffen Scheiße, was geht Scheiße, was geht Scheiße, was geht Dann, oder? Also, äh, ne I live here Der fehlt noch Da ist was Rotes Also, weder nach links oder rechts Was Rotes Ja, die sind alle rot Achso Aber die müssen ja auch rumhauen Ja, siehst du Zehn von zehn je Ich hab die Ich hab die Ich hab die Ich hab die So, mach mal Ey, komm Also, das nach rechts Ja Ja Ich komm mal zu in der Tasche, oder was Ich hab die Ich hab kein Ziel Oh Ahem Ahem Ja, na, mach mal Mehr soll ich dazu geben Ja Find ich Guck mal, da oben ist ne Kiste Wo ist eine Kiste? So, wie ich stehe Wenn du kommst Direkt da, wo ich stehe Wenn du zu mir kommst Und dann, egal, ausguckst nach oben Hast du das? Mhm Und da ist ein Haken 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 Fuck Fuck Cool Alter, der den sich von dir gar nicht mehr Was ist die nicht? Okay, okay Ja, viel Spaß damit Mit dieser Scheißkäste Was haben wir hier? War nichts besonderes drin Ich helf dir ja sogar, guck mal Ja, du hast den Scheißkäste gemacht Sag nicht, dass du hast den Mikrool schon weg Ich würd dich gerne jetzt durchstechen So, dann hole ich mir mal auf, was hier drin ist, ne? Was ist das? Hast du mir auch verdient Äh, hast du So, wo ist ne Krampel? Ähm Das ist ja auch Das ist ja auch 35 Schatz der Zeit, Alter Auch 35 Artefakt macht Siehste, du hast so ne Statue bekommen Ich hab wieder was besseres bekommen Mhm Ich brauch aber was, was nur maximal um 15 erhöht Ich brauch aber was, was nur maximal um 15 erhöht Lass uns mal doch auf den Weg begeben Ja, zum Ja, wir müssen ja noch einen, einen befreien hier Dass wir jetzt nebenbei einfach die Dinger umhauen hier Mhm So, wo müssen wir das befreien? Da wo der Freizeit Da? Ja? Da? Ich guck grad auf die Karte Ja, da irgendwo Oh Bitte, ne? Ton TV Nee Ja Weißt du, ich hab schon mal gesagt Ich red's einfach Ich red's einfach Ich red's einfach Ich red's so wie Redo und die Ich bin außerreichlich Keile Sache, die Ich jetzt gesprungen mit uns Ja Bist du nicht? Ne Du wärst neben mir einfach verschwungen, Leute Verste Siehst du den Typen? Irgend so ein Vogel neben uns hier Na, so ein Witz Wie gut ich bin Ach, hier drin, siehste Das nervt dann ja mit dem Haken Man denkt immer, muss ich die benutzen Aber dann kommt die auch so Macht der schon So Die ist fertig Jetzt müssen wir noch Torgneermutter finden Die ist auf der anderen Seite angelegt Oh, hier macht das so komische, irgendwie geile Geräusche Was? Hier wo ich stehe, ich weiß nicht So wie Regen oder irgendwas, keine Ahnung Die Eier sind das Ja, das klingt ja so, bist du bei Alien so Naja, das sieht man drin Naja, das sieht man drin Naja, scrollen Guck dir die Eier an Ja, ähm, das sind so Schlangen drin Die bewegen sich Und ich No, 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 no So 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 Hm 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 die um ja die könnte in der Höhle sein sie sieht sie nach Hause alle Gmi und Sacken tut das Note Sack sie sind geimpft und jetzt mal eingehen und dann abgeben Gott wie du meinst das das war ja nur ne Frage ein Metier bin ja schon auf dem Weg fertig das fertig jetzt müssen wir irgendwie killen das war auch das war auch noch geben wieso naja ich dachte die gehörte haben mit zu der anderen oder ob diese nicht gemacht ist zum abgeben also welche denn herz das ist die ist vorher eben noch anders aber wir sind ja hier reingegangen und das hat sie ist es nur weiter für die quest auch schon gut die vorbeikommen abgibt und der war eine fest nicht fett ach ja ach ja dann kommen leider noch zu drehen geht die für dich machen ach Gott wie du immer let's fetz warte mal um zu feiner Kappel wo ist in der Welt der umgekehrt sprich das Runde ja ich bin gesprungen Ich bin nur noch Kämpfer... Okay, ich bin nur noch Kämpfer... ist ja okay... ...hahaha... alles klar... ...nein bisschen Nachtmausen... Hm... Aaaaargh... ...stirbte Basicky... Guck mal wie ich sie gekillt hab alleine... Ja, weint... ...der Beste bist... Äh, könnt nicht looten, wollen wir nicht ganz looten? Doch, ich hab gehört... Ja, du hast gelootet... na, dann ist ja fein... Guck mal, da kann man auch noch rein... Guck mal da wieder hoch oder müssen wir... Ja, komm... Hmm... ...schlitz und Puff. Guck mal was sie jetzt machen... krass alter dass ihm das nicht weh tut das immer gegen die Wand rammt da so ne wieso brauche ich die eigentlichen? die haben mich gar nicht angegriffen doch äh kommen wir hier auf diesem Wege raus oder? äh guck mal das geht hoch ey lass die lieber erstmal poolen das schaffen wir gerade diese kleinen Ficker hier die sind so ja hier ist doch für den Feierabend, hier geht doch gar nicht weiter mhm ich sterbe gleich no was soll ich denn dazu sagen? ne ich werde wieder voll leben das ist retterhaft das ist ja nur scheiße ey mhm die alte wird schon sehen und du hast sie gepult einfach weiterlaufen lauf bisschen fliegen mhm wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie kaputt? die Tore, wir wurden zerschlagen jetzt seid ihr dran vielleicht kämpft der Drache ja mit ihr ok wir sind nicht, ich seh schon, wir sind nicht die einzigen, oh ne ich bin außer Reichweite oh oh grad war die alte da und dann wo sie weg jetzt ist, ich glaub deswegen hing mit kürzieren nein jaja das sind neu, ne das ist das ist neu, ne das ist neu, ne das ist immer neu, ne ich bin zu leveragierig auf der Hofer am Reif das ist neu, ne konnte ja fast YOUR FAM sein, ne so oh ich glaub jetzt werde ich 101 eh 102 so oh ich glaub jetzt werde ich 101 eh eh 102 oh auch gibt ja wieder neuest krümpel, äh gerümpel krümpel Ah, keine Ahnung, Schulte, Polster oder die Handschuhe Ich glaub nicht, ne, die Handschuhe Digge, danke schön Ja, danke dir auch, ne? Ja, gerne, ähm, geht, ne? Die fliegen jetzt mit dem Ne, warte doch mal kurz, ich hab doch noch gar nicht geguckt Es spricht mit bla bla bla, mhm Alter, hättest du Ja, Talentpunkt, den muss man auch vergeben Außerdem muss ich noch meinen Dicks anlegen hier Uiuiui, ähm, was haben wir denn, Adalas? Lebe werfen, lässt das Ziel bluten 200% des verursachten Schadens zusätzlich zu Erstes Blut vergießen Fingert die Kosten von Klingentanz um 20 jetzt Und erhöht den Schaden der Fähigkeit gegen das Es wird auch erzählt, um 77.000 Aber wie oft Vorsitzklinge Stürmt auf das Ziel zu Und fügt ihm Vorher schaden So ein Primat, echt Du Primatchen Du Primatchen Also Hättig gesagt, tendiere ich dazu, Sachen zu nehmen, die passiv sind Ja, Adalas Entweder Adalas oder Blut vergießen, ich weiß nicht Adalas ist Klebe werfen Na Verlaufen Also ich muss jetzt sagen, ich werfe relativ häufig die Klebe Ich auch Sie sind Klingentanz Klingentanz ist das, wo wir so hin und her springen So, zack, 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 zack Was macht der für ein Schaden 38 Nein Der Klingentanz Die Höhe des Schadens wurde ich sehen Ich glaube, der ist knapp verdoppelt dann Schaden Keine Ahnung Oder jeder nimmt was für anderes Ich kann mir das nicht sagen Ich weiß nicht Ich nehme die Töpfelsklinge Echt jetzt? Mhm Glaub ich Das kann man ja beliebig ändern Ja, ich meine Jetzt ist eh erstmal hier Ist da Noobs on Tour sozusagen Ja Und Ich meine Ich habe irgendwo gelesen Wie man die Talente nehmen soll Oder Werteilen soll Aber Das war schon lange Zwei Tage Also ich nehme jetzt Ich habe jetzt Adalas genommen Gute Ah ja Ich muss das benutzen Das ist ja Deswegen Ich will eigentlich nichts weiter benutzen Weil ich habe ja In der normalen Kapfleister habe ich noch einen Platz bei So Dann Du hast Adalas genommen Ich habe Adalas genommen Absolut Ich muss hier was Tätik Dann mach das mal Ich fliege schon mal Und warte dann da So Ich bin Fertig Und so fliegen wir Flieg nicht umgeben Oh Da war schon wieder eine Kiste Aber jetzt ist es zu spät Können werden sie die Konzepten spüren Konzepten Ich bin mal 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 Okay